Ein Plädoyer für die Gehmeditation von Ursula Flückiger Die Kontinuität des achtsamen Gewahrseins etablieren Es ist uns ein Anliegen, dass ihr die Gehmeditation voll und ganz in euren Tagesablauf hier einbindet. So könnt ihr sehen, wie wertvoll sie ist. Stehend und gehend sind wir oft wacher als sitzend. Wir werden flexibler im Anwenden des achtsamen Gewahrseins und praktizieren in einer Situation, die dem Alltag näher ist als das Sitzen. Einige betrachten die Gehmeditation wie ein Stiefkind. Das ist teilweise verständlich, weil sie nicht in der Gruppe geübt wird und jeder für sich allein dranbleiben muss. Es mag der Eindruck entstehen, dass es nur darum geht, frische Luft zu holen und sich die Füße zu vertreten, weil man nicht so lange sitzen kann. Gehmeditation verlangt aber mehr Selbstdisziplin als das Sitzen, weil der Gruppenzwang wegfällt. Beim Gehen praktiziert jeder für sich selbst und das stärkt die eigene Unabhängigkeit, denn wir müssen uns immer wieder selbst motivieren und klären, warum wir uns dieser Praxis widmen. In diesem Sinne möchte ich euch sehr ans Herz legen, auch diese Zeit und diese Form der Meditation auf eine gute Art und Weise zu nutzen. Die Gehmeditation erlaubt oder zwingt uns, präsent zu bleiben, unser Gewahrsein zu schulen und uns weniger lang in Gedanken, Wünschen, Tagträumen zu verlieren. Wir lernen Geist und Körper, die ja oft getrennte Wege gehen, wieder zusammenzubringen. Wir können beim Sitzen, Gehen oder Stehen innerlich völlig woanders sein. Hier haben wir eine ausgezeichnete Gelegenheit darauf zu achten, dass Körper und Geist wieder am selben Ort verweilen. Immer wenn wir solchermaßen ungeteilt präsent sind, beginnen wir zu erkennen, dass die Dinge sehr flüchtig sind und nicht so solide, wie sie uns erscheinen, wenn wir in Vorstellungen und Geschichten verloren sind. Die Form der Gehmeditation ist sehr einfach. Sucht euch einen Platz, wo ihr 10 bis 15 Schritte auf- und abgehen könnt. Das kann im Haus sein, in den Gängen oder draußen hinter dem Haus, wo ihr ungestört seid. Wir möchten euch bitten, die formale Gehmeditation nicht auf den öffentlichen, von außen einsehbaren Plätzen zu üben, weil sie für manche etwas eigenartig ausschaut. Beginnt die Gehmeditation, indem ihr für einen Moment stillstehen bleibt. Wir stehen auch im Alltag sehr oft, sind dabei aber meist mit Denken, Planen oder Sorgen beschäftigt. Hier stehen wir und versuchen uns, in dieses Stehen hinein zu entspannen. Wir spüren, wie es sich anfühlt. Vielleicht sind Energien von Unruhe da, die uns vorwärts treiben, oder es melden sich Schmerzen, oder wir fühlen uns ganz entspannt. Wir stehen und spüren, was da ist. Dann gehen wir einen Schritt aufs Mal, 10 bis 15 Schritte. Dabei bringen wir ein sorgfältiges, achtsames Gewahrsein in den Körper. Einige finden es hilfreich, sehr präzise mit den Beinen und Füßen in Kontakt zu sein, zu spüren, wie der Fuß sich hebt, sich vorwärts bewegt und wieder aufsetzt. Andere entscheiden sich für ein offeneres, weiteres Gewahrsein, womit sie den ganzen Körper wahrnehmen. Am Ende dieser Strecke halten wir wieder einen Moment inne. Wir entspannen in die Einfachheit dieser Erfahrung, wachen auf aus unseren Gedanken, Befürchtungen und Hoffnungen und erlauben uns, einen Moment einfach zu stehen. Dabei beobachten wir nicht so sehr, wie wir stehen, sondern nehmen die Empfindungen wahr, die von der Fußsohle bis hinauf in den Kopf zu spüren sind. Zusätzlich können wir das achtsame Gewahrsein ausweiten und die Erfahrungen des Hörens und des Riechens mit einschließen und schließlich auch das Sehen mit einbeziehen. Innerlich auf Empfang gestellt, lassen wir die Erfahrungen sich selbst wahrnehmen. Nach einer Weile verlassen wir dieses weite Feld der Wahrnehmung wieder und bringen die Aufmerksamkeit zurück in den Körper, in die Beine, die Füße und gehen weiter, einen Schritt aufs Mal, hin und her. Die Form macht deutlich, dass es nicht darum geht, irgendwo hinzugehen. Sich mit Hilfe des Körpers in Gewahrsein zu üben, präsent zu bleiben, ist sehr unterstützend, weil der Körper langsamer und fassbarer ist als die Gedanken. Das am besten geeignete Tempo beim Gehen ist jenes, das uns am ehesten präsent sein lässt. Das kann variieren. Wenn zum Beispiel Schläfrigkeit ein Thema ist, mag es hilfreich sein, etwas schneller als gewohnt zu gehen und dabei den ganzen Körper wahrzunehmen. Zu anderen Zeiten kann es angebracht sein, ein bisschen zu verlangsamen, um aus einem automatischen Auf- und Abgehen herauszukommen. Manchmal fühlt sich die Gehmeditationsperiode sehr lang an. Dann kann es helfen, sich bewusst zu machen, dass wir nicht 40 Minuten als Block durchhalten müssen. Vielmehr ist es immer gerade nur ein Schritt, ein Moment, für den wir achtsam sein können. Wir spüren den Druck, wo der Fuß aufsetzt, die Berührung der Kleidung am Bein, den Wind im Gesicht. Wir nehmen jede Empfindung voll und ganz wahr, entspannen uns in sie hinein und lassen Befürchtungen und Zweifel zurücktreten. Wenn der Gedanke aufsteigt, oje, immer noch eine halbe Stunde, spüren wir die Ruhelosigkeit, die Ungeduld und versuchen sie anzunehmen, so wie sie ist. Dann beginnen wir von Neuem, einen Schritt aufs Mal. Ist es nicht erstaunlich, im Alltag, vielleicht gestresst, würden wir uns wünschen, hier an diesem schönen Ort, wo uns niemand anspricht, in Ruhe auf- und abgehen zu können. Doch sobald wir das konkret tun, merken wir, wie herausfordernd das sein kann. Wie beim Sitzen, so auch beim Gehen. Es gibt Zeiten großer Inspiration, in denen wir denken, fantastisch, ich könnte ausschließlich Gehmeditation üben und das Sitzen sein lassen. Aber es kann auch Phasen von absoluter Frustration und Langeweile geben, in denen wir finden, Gehen sei völlig nutzlos, sehe idiotisch aus und Sitzmeditation sei eh viel besser, zumal man dabei auch viel weniger abgelenkt sei. Was hier den Geist stärkt, ist das Dranbleiben. Nicht mit Zwang und zusammengebissenen Zähnen, bis der Gong erklingt, sondern mit der Bereitschaft, all dieser Zustände gewahr zu sein. Inspiration, Langeweile, Freude, Ruhelosigkeit und den ganzen Rest. Dann verstehen wir, dass es nicht darum geht, immer inspiriert zu sein, immer Ruhe zu erfahren, sondern darum zu sehen, wie all diese Erfahrungen kommen und gehen und dass wir in einer großen Offenheit des Gewahrseins und der Gelassenheit länger und leichter mit allem präsent sein können. Darf ich eine Frage stellen? Was empfiehlst du für die Hände und die Arme? Wie hält man sie? Es gibt ja Traditionen, in denen genaue Instruktionen dazu gegeben werden. Genau, in meiner Tradition halten wir es hier ähnlich wie beim Sitzen, denn wir haben ja alle einen unterschiedlichen Körper. Einige finden es hilfreich, die Arme auf der Seite des Körpers zu belassen, wo immer sie natürlich fallen. Andere wiederum finden es passender, die Hände auf den Rücken zu legen. Oder vielleicht die eine Hand in der anderen zu halten, etwa in Bauchhöhe. Letzteres braucht zwar etwas Anstrengung, kann jedoch helfen, wach zu bleiben. Wichtig ist, bei sich zu schauen. Wie kann ich möglichst präsent, aber auch entspannt gehen? Dies kann innerhalb der 45 Minuten Gehmeditation variieren. Dies ist mein Plädoyer für die Gehmeditation. Für diejenigen von Euch, die sie noch nicht kennen, ist sie vermutlich gewöhnungsbedürftig. Sie kann künstlicher wirken als das Sitzen. Beides kann man jedoch als künstlich oder natürlich betrachten, je nachdem, wie man es anschaut. Wesentlich ist, durch eigene Erfahrung zu erkennen, wozu diese Meditation dienen soll und wie sie am besten genutzt werden kann.